Wir gehen steil, alle Leute sind am Start. Juli geht als Rieh und ich gehe als Pirat. Wer hätte das gedacht? Wir haben heute Brand, gelöscht mit nem Bigby auf die Hand. Ja, mein Lieber, das war ja ganz süß, aber... Kölsch und Jod. Ich meine, Jod gemeint. Aber Jod gemeint ist nicht Jod genug. Hä? War doch mega nice, Digga. Fühlt's den Wald nicht, oder? Nee. Worms ruhig Mühlam, ich steh auf, weil der Wecker klingelt. Putz mir schnell die Zähne, zieh's Kostüm an, dann wird losgetingelt. Mit der vier zum Friesenplatz, ein Christian, der hat eingeladen. Metro-Jürgen Kölsch, da können wir uns nicht beklagen. Wir gehen steil, alle Leute sind am Start. Juli geht als Rieh und ich gehe als Pirat. Wer hätte das gedacht? Wir haben heute Brand, gelöscht mit nem Bigby auf die Hand. Denn alles ist gut, wenn du glücklich bist. Guck nicht auf die Uhr, jetzt sag ich dir, wie spät es ist. Elf Uhr elf, in der ganzen Stadt am Ring. Elf Uhr elf, wieder höchste Zeit zu singen. Elf Uhr elf, ob der Strasse im Büro. Da ist Kölsch und Jus, hier im Radio. Oh, 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 oh. Ja, hallo, guten Tag, mein Name heißt Dennis, ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Hürth, das liegt zwischen Köln und Kik, dem Ticksteediscount. Ja, ich würde mich vor... Peter, du Otto, kannst du dich bitte mal wieder melden? Bei meiner Oma und so, ne? Ach, da ist er ja wieder, der Otto. Der ist doch total lustig. Lustig? Dann ist das nicht der Typ von 1Live? Ja. Brauchen wir nicht vorn damit. Wir machen heute Party und ziehen durch alle Ecken. Ob Nippesports und Ehrenfeld, überall nur Jecken. Egal, woher du kommst, du wirst in den Arm genommen. Feierst du mit uns, hast du direkt gewonnen. Denn alles ist gut, wenn du glücklich bist. Guck nicht auf die Uhr, jetzt sag ich dir, wie spät es ist. 11.11 Uhr, in der ganzen Stadt am Ring. 11.11 Uhr, wieder lösste Zeit zu singen. 11.11 Uhr, auf der Straße und im Büro. Da ist Köln schon Jus, hier im Radio. Oh, 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 oh. Aus! Was soll der Quatsch? Das ist ein Karnevalssong. Da muss mehr rein. Wo sind Hetz? Wo ist die Dicke drum? Aha, was brauchen wir noch? Wir brauchen den Dom, den Ring und den Sonnenschen. Und wo ist eigentlich der FC? Und wo ist unser Hännis? Schön! Und wenn mich jetzt noch vermütztet, dann wäre es perfekt. Wie kann ich machen? 11.11 Uhr, in der ganzen Stadt am Ring. 11.11 Uhr, wieder Blutzezeit zu singen. 11.11 Uhr, auf der Straße und im Büro. Da ist Kölsch und Jod hier im Radio. 11.11 Uhr, auf der Straße und im Büro. Und dann, komm auf! So, aber was war das für eine Nummer? Gib mir das jedes Jahr? Scheiße, oder was? Das soll jetzt so Tradition zum Bauch tun. Ja, eigentlich, schlimmer geht immer. Ja. 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 Ja.